Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Heute erleben wir zusammen die krasseste Zombie Survival Tour im Airsoft auf der Dark Emergency 5 und ihr seid mit dabei. Viele von euch wissen, dass Zombies ingame über das gesamte Spielfeld gelaufen sind und diese Zombies haben nur ein Ziel. Sie möchten ihren Hunger nach Hits stillen. Doch heute gehen wir noch eine Stufe weiter. Ein kleines Squad, bestehend aus drei bis vier Spielern, hat die Aufgabe, in einem zum fallenden Gebäude Zivilisten zu retten. Das Squad hat keine Ahnung, was sie dort unten im Dunkeln erwartet. Bereit für Runde 1? Zivilisten retten. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Die Tür ist zugegangen. Die Tür ist zu! Hört ihr das? Zombies! Ja, dann geht doch mal vor mit deinem Axt. Das sieht irgendwie nicht mehr normal aus. Wir sollten hier versuchen rauszukommen. Ich glaube nicht, dass hier noch jemand lebt. Da ist einer unter dem Tisch. Lebt er noch? Sieht angebissen aus. So, komm, weiter geht's. Rechts ist frei. Achtung unter dem Tisch. Ah! Ah! Oh Gott! Ah! 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 Ach so, Lüder! Und ab mit den nächsten Ahnungslosen. Runde 2. Vorsicht. Hallo? Wir sind hier um Zivilisten zu befreien. Okay, dann geh ich wieder. Hier komm ich nicht rein. Komm rein, rein. Hallo? Hallo? Tu mal in den Spiegel da rein. Da links ist einer im Fenster. Fenster links. Da kommt was. Das ist hier, oder? Vorsicht. Da links war einer. Hier links. Oh, ich hab dich. Oh, ich hab dich. Oh, ich hab dich nicht verletzt. Ich hab dich wiederholt. Oh, ich hab dich nicht verletzt. Rotter! Rotter! Mach ich lebe! Mach ich lebe! Ja komm! Lass sie liegen! Lass sie liegen! Lass sie liegen! Mach ich! Mach ich! Mach ich! Mach ich! Was ist denn? Ich halte es nicht aus! Ich halte es nicht aus! Fuck! Hilfe! Ich brauche Licht! Wir breiten noch, komm! Geh rein! Geh rein! Leuchte da rein! Hilfe! 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 Komm! Hilfe! Hilfe! Mann, ihr verarscht mich doch! Von hinten weg! Komm! Komm! Pass auf! Komm! 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 Hilfe! 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 Na toll! Micha! Nimm mein Messer! Hilfe! 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 Geh mir! 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 Hälter! 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 Hilfe! 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 Es ist nicht so schlimm! Hilfe! 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 Zivilisten befreit, Mission erfolgreich! Und das war's mit dem nächsten Dark Emergency 5 Video, Euer Feedback ab in die Kommentare und gebt auf jeden Fall ein fettes Daumen nach oben für die Zombie-Darsteller, die wirklich einen super, super, super geilen Job gemacht haben. Selten waren die Zombies im Airsoft so geil. Euer Feedback in die Kommentare, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Bis zum nächsten Mal.